Dieser Renault Katja Vorführwagen steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem roten Fünftürer Platz. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Kurvenlicht, Navigationssystem, Alufelden, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 163 PS an einem 6-Gang-Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,2 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.